Eine junge Frau bemerkte plötzlich, dass ihr Bauch immer größer wurde und obwohl sie sich sehr gesund ernährte, nahm sie immer weiter zu. In der Annahme, sie sei schwanger, machte sie einen Test, doch seltsamerweise war dieser negativ. Als ihr klar wurde, dass sie nicht schwanger war, dachte sie, dass sich ihre Situation mit ihrem gesunden Lebensstil von selbst lösen würde, doch es wurde nur noch schlimmer. Schließlich war sie gezwungen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und dann waren die Ärzte völlig schockiert. Sie trauten ihren Augen nicht, als sie sahen, was sich in ihrem Bauch befand, denn so etwas hatte das Krankenhaus noch nie zuvor gesehen. Die 20-jährige Kelly und ihr Freund Jamie führten eine feste Beziehung und hatten zu diesem Zeitpunkt keine Pläne, ein Kind zu bekommen. Aber nach Analyse all ihrer Symptome kam Kelly zu dem Schluss, dass sie schwanger sein musste. Da sie von Natur aus kurvig war, achtete sie darauf, fit zu bleiben, ging regelmäßig ins Fitnessstudio, um ihre Figur zu halten und ernährte sich ausschließlich gesund. Doch ihr Zustand schien sich immer weiter zu verschlimmern. Egal wie wenig sie aß oder wie viele Stunden sie im Fitnessstudio verbrachte, es geriet außer Kontrolle. Das Paar war seit zehn Jahren zusammen und beiden war klar, dass die Möglichkeit bestand, dass Kelly schwanger sein könnte. Aber sowohl Kelly als auch Jamie fühlten sich auf eine Elternschaft nicht vorbereitet. Nun, mit einem solchen Bauch konnte sie nicht anders, als zu glauben, dass sie schwanger war. Sie führte zahlreiche rezeptfreie Schwangerschaftstests durch. Aber irgendwie waren alle Ergebnisse negativ. Sie standen vor einem Rätsel. Sie waren über die Ergebnisse ziemlich verwirrt und langsam machte sich Kelly Sorgen um ihr Gesundheit. Es gab ein Medikament, das Kelly für ihre Arme eingenommen hatte, aber sie hatte die Medikamente tatsächlich schon Monate zuvor abgesetzt. Also musste es einen anderen Grund für ihre Symptome geben, die weitaus schwerwiegender waren als die Nebenwirkungen des Medikaments. Die junge Frau zögerte nicht und vereinbarte einen Termin bei einem Arzt. Doch nach der Untersuchung bestätigte dieser lediglich eine deutliche Gewichtszunahme. Er schickte Kelly nach Hause und sagte ihr, sie solle sich keine Sorgen machen. Sie solle sich weiterhin gesund ernähren und abwarten. Kelly wusste, dass etwas nicht stimmte, denn alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass sie schwanger war. Aber die Standardtests sagten etwas anderes. Dies war ein komplettes medizinisches Rätsel, das eindeutig die Anwesenheit der entsprechenden Experten erforderte. Wie eine werdende Mutter watschelte Kelly mit ihrem geschwollenen Bauch umher. Sie schämte sich für die Veränderungen an ihrem Körper und musste sich sogar neue Kleidung kaufen, da nichts mehr passte. Als ihr Gewicht weiter zunahm, war sie frustriert, da dieser Zustand weit über ihr Privatleben hinausging. Anfangs dachte Kelly, dass sich das Problem von selbst lösen würde, wenn sie an ihrem gesunden Lebensstil festhielt, doch es wurde nur noch schlimmer. Ihr Bauch reagierte schließlich empfindlich auf Berührungen und fühlte sich immer fester an. Es war schrecklich. Fast jede körperliche Aktivität war eine Herausforderung. Ihr Selbstvertrauen und ihr Körperbild waren zerstört und selbst die alltäglichsten Dinge in ihrem Leben waren viel komplizierter geworden. Nun, es gibt alle möglichen schlimmen Dinge, die im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft auftreten können. Und Kelly wollte keine düsteren Möglichkeiten außer Acht lassen. Also wusste sie, dass es an der Zeit war, einen anderen Arzt aufzusuchen, da die Symptome, die sie hatte, nun sehr alarmierend waren und sie vielleicht eine Fehlgeburt erlitten hatte, ohne es zu wissen, oder es könnte etwas noch Schlimmeres vor sich gehen. Ihr Bauch wurde immer größer und größer und nachdem sie auf der Arbeit immer wieder in Ohnmacht gefallen war und Atembeschwerden bekam, holte sie mehrere ärztliche Meinungen ein. Aber ihre Situation überstieg eindeutig die Kompetenz und das Wissen eines Durchschnittsarztes. Als ihr Arzt einen anderen Spezialisten um eine zweite Meinung zu den Ultraschallergebnissen bat, verschwanden alle Theorien von Kelly und sie fragte sich, was in ihrem Bauch vor sich ging und was zwei erfahrene Experten so besorgt machte. Doch dann der größte Schock. Der Ultraschall zeigte, dass sie kein Baby in sich trug. Doch was um alles in der Welt verursachte dann das Anschwellen ihres Bauches und all die Ohnmachtsanfälle, fragte sie sich. Die Ärzte bestätigten schließlich, dass Kelly nicht schwanger war und es auch nie gewesen war. Doch es gab ein anderes Problem und zwar eines, das sich unbehandelt als tödlich erweisen könnte. Denn Tatsache war, dass sie schwer krank war und niemand wusste es. Erschreckenderweise bestand sogar trotz aller Behandlungen der Welt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Kelly nicht überleben würde. Denn es stellte sich heraus, dass die Ursache für ihren wachsenden Bauch ein massiver Knoten in den Eierstöcken war. Die Ärzte konnten zu diesem Zeitpunkt nicht genau bestimmen, was der Knoten war, aber allein diese Enthüllung zerstörte Kellys Glück völlig. Der Knoten entpuppte sich als 24 Zentimeter breite geschwulst, die an ihrem Bauch befestigt war und sich als tödlich erweisen könnte. Eine Zyste ist ein mit Flüssigkeit gefüllter Sack, der an den Eierstöcken wächst. Sie verursachen oft keine gesundheitlichen Probleme und bei vielen Frauen entwickeln sich Eierstockzüsten, um die sich der Körper im Allgemeinen nach einigen Monaten selbst kümmert. Doch unglücklicherweise war das, was auch immer in Kellys Körper gewachsen war, weit über alles hinausgegangen. Als der Spezialist Kelly bestätigte, dass sie eine große Zyste hatte, konnte er sein Erstaunen über die Größe der Masse nicht ganz verbergen. Er hatte noch nie eine so große Zyste gesehen. Der Spezialist warnte Kelly auch, dass sie viele Zysten haben könnte und dass einige von ihnen an ihren inneren Organen haften könnten. Die einzige Möglichkeit, dies zu beheben, bestand also darin, dass die Ärzte sie operierten, um die Zyste oder Zysten zu entfernen. Sie hatte zwar Angst, wünschte sich aber nichts sehnlicher, als ihren Körper zurückzubekommen. Die Operation an Kelly wurde auf eine Stunde geschätzt. Doch als die Spezialisten mit der Operation fortfuhren, war klar, dass sie eine weitaus schwierigere Aufgabe vor sich hatten, als sie ursprünglich erwartet hatten. Nach fünf Stunden wartete ihre Familie verzweifelt auf Neuigkeiten. Sie befürchteten, sie würde die Operation nicht überleben. Aber nach einer unglaublich schwierigen und heiklen Operation entfernten die Chirurgen eine enorme Masse aus Kellys Körper und waren schockiert, dass diese Frau so lange eine so massive Last mit sich herumgetragen hatte. Endlich war es aus Kellys Körper und sie konnte sich auf ihre Genesung konzentrieren. Sie wachte als ein völlig anderer Mensch auf. Eine riesige Narbe verläuft von ihrem Brustbein bis zu ihrem Schambein und misst 30 Zentimeter. Aber trotzdem konnte sie kurz nach der Operation ihr Krankenhausbett verlassen und ein wenig herumlaufen. Sie war so aufgeregt, wieder zu leben und ihren Körper vor der Zyste wieder zu erlangen. Sie hatte ihren rechten Eierstock verloren, aber es würde ihre Chancen, schwanger zu werden, nicht beeinträchtigen, wenn sie das Gefühl hatte, bereit zu sein, Kinder zu bekommen. So lange einen geschwollenen Bauch zu haben, führte dazu, dass Kelly Dehnungsstreifen hatte, die sie an ihre Tortur erinnerten, aber sie sagte, sie hätte lieber Dehnungsstreifen als diesen riesigen Bauch. Abgesehen von ein paar kleineren Problemen hat sich Kelly gut erholt. Ihre Gesundheit ist jetzt wieder normal und sie hat sich sowohl körperlich als auch emotional sehr gut erholt. Diese schrecklichen Jahre werden sie für immer begleiten, aber sie hat eine neu entdeckte Wertschätzung für den Wert einer guten Gesundheit und eines normalen Körpers. Was Narben angeht, selbst solche, die so intensiv sind wie die, die Kelly erlitten hat, heilen mit der Zeit. Sie setzte sich dafür ein, in Form zu bleiben, sich gesund zu ernähren und sich regelmäßig von ihrem Spezialisten untersuchen zu lassen. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von dieser Geschichte haltet. Und wenn sie euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal für weitere spannende Geschichten. Danke fürs Zuschauen!